da geht es ja richtig zur sache hey dad alles fit ist das der ego was machst du denn hier mein vater besuchen und du ja und dann gleich einmal beim knutschen erwischt der sohn sein vater gut einstieg eigentlich sollte es andersrum sein aber gut das ist nadja nadja darf ich vorstellen mein ältester sohn denn es schön dich endlich kennenzulernen habe schon viel von dir gehört ich von ihnen noch gar nichts ich habe damals in herford gewonnen damit das gesehen natürlich auch bekannt vor ein schlecht einladen ein bisschen cooler vorgestellt aber geht schon mit igor drehe mit dennis steiger ich sage ellen was für freundlich mit diesen igelhaaren da rein ich habe heute noch ein termin also und jetzt begrüße deinen vater mal wie es sich gehört ja ich habe das gefühl dass man wie bei uns wenn man die erste szene sieht in der aufregung da ich stehe in der aufregung bei ihm ich und ich fand es voll souverän ich fand es richtig gut ja ich sehe eine aufregung aber voll super ja was so 15 jahre alles machen